Wir sind heute beim Testtag in Simmern auf dem ZF-Testgelände Zusammen mit einer Veranstaltung von FT Motorsport und Volker Tull von der Allianz Und wir werden heute mal die Helga so ein bisschen testen und mal ein bisschen ausfahren und ein bisschen driften gehen Dann nehmen wir euch komplett mit, bis später, ciao! Auf den Bedarf! Auf den Bedarf! Auf den Bedarf! Auf den Bedarf!